Kennen die das, wenn der ganze Tag so richtig, richtig schlecht gelaufen ist? Irgendwie so ein schlechtes Gefühl, überhaupt nichts, hat geklappt, gar nichts. Und dann, dann kriegt es auf einmal noch irgendeine schlechte Nachricht von irgendjemandem. Ey, und es packt euch so richtig und ihr habt überhaupt keinen Bock mehr. Hä? Also ich, ich nehme mir da immer Auszeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020